Herzlich Willkommen in einem neuen All-in-Vlog. Heute zeige ich euch mal was alles so in meine Tasche kommt bzw. nehme ich mit auf die Reise zu meinem nächsten Gig. Mein Studio kennt ihr ja teilweise schon und einiges davon nehme ich auf jeden Fall immer mit. Dazu zeige ich euch jetzt ganz einfach mal eben wie ich das ganze mache. Ich habe hier einen Magma Rear Pack. Den nehme ich eigentlich immer mit wenn ich ein bisschen mitnehmen muss an Equipment. Wenn ich nicht so viel mitnehmen muss dann habe ich auch noch den Rucksack. Ich weiß gar nicht wie der heißt. Ist auch ein Magma Rear Pack. Aber da müsst ihr mal gucken. Ich packe die Links auf jeden Fall in die Show Notes rein. Könnt ihr das ganze mal checken. Genau. Ja ich mache das ganze jetzt einfach mal ein bisschen random. Zuerst nehme ich die Platten natürlich mit. Dann das was da drunter kommt. Da habe ich die Tableclose Slip Mats. So dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Das kommt erstmal in die Tasche rein. So als nächstes brauchen wir natürlich wenn wir mit Platte auflegen. Die Nadeln bzw. die Systeme für die Plattenspieler. Geht auch direkt in die Tasche rein. Dann natürlich ganz wichtig wenn der Laptop auch hoch steht am bestenfalls fast auf Augenhöhe nehme ich natürlich den Laptop Stand mit. Den kann ich ganz schön hier zusammenfalten dann ist er auch nicht so massig. Das ist von The Crane. Also das ist der The Crane Stand. Der war auch gar nicht mal so gut. günstig. Aber der hält einfach unendlich lang. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und dann natürlich Headphones. Da habe ich zur Zeit noch die Beats by Dre. DJ Edition. Müsste auch eigentlich gängig sein. Und geläufig. Aber ich werde wahrscheinlich bald unswitchen. Das ist jetzt mein zweites Paar was ich schon habe. Nicht Paar. Nein mein zweiter Kopfhörer. Den ich dann von Beats habe. Beats by Dre. Aber ich möchte auf jeden Fall das in demnächst einen anderen ausprobieren. Okay. So. Dann brauchen wir natürlich um den Laptop mit der Hardware zu connecten. Also Serrato. Serrato Interface. Beziehungsweise in dem Fall nehme ich auch noch den S9 mit. Aber wir brauchen natürlich ein USB Kabel. So. Dann habe ich diesmal Mixtapes versprochen. Genau. Die müssen auch noch irgendein Safe hier rein. Ein paar Aufkleber nehme ich natürlich mit. Geht jetzt auch hier so rum. Das passt natürlich gerade. Äh. Ja. Und dann kommen wir schon zu dem Herzstück. Äh. Ich nehme mir mal ganz gern. Also ich lege ganz gern mit meinem S9 auf. Nicht nur mit meinem. Aber mit dem S9. Und äh. In vielen Clubs gibt es den mittlerweile auch schon. Äh. Aber nicht in allen. Und in dem Club, in dem wir heute Abend gehen, gibt es den eben auch nicht. Und deswegen nehme ich den S9 mit. Das Schöne ist, dass ich halt selber ein S9 habe und damit die ganze Zeit üben kann und auch übe. Und dementsprechend wenn ich den dann auch im Club habe, äh. Habe ich meine gewohnte Studiumgebung sozusagen um mich herum. beziehungsweise arbeite damit. Und das ist für mich auf jeden Fall sinnig. Genau. Und dafür habe ich auch noch ein extra Case. Und dann verschwinde ich mal wieder hinter der Tür hier. So. Das ist auch von Magma. Genau. Auch ein Magma Case. Findet ihr alles online. Ähm. Das Ganze sieht halt von innen. So aus ist schon ein bisschen kaputt. Aber gut. Aber wenn der Mixer da jedes Mal drin ist. Dann ist das auch klar, dass da Gebrauchsspulen sind. Aber der hält auf jeden Fall einiges. Einige Schäden auf. Oder ab. Von dem Gerät. Deswegen. Total wichtig für mich. Den Mixer würde ich niemals irgendwie so mit in den Club nehmen. Ohne ein Case drum. Viel zu gefährlich. So. Dann. Muss ich natürlich mein Laptop haben. Klar. Alles klar. Laptop. Ladekabel natürlich auch. Genau. Leider noch mit dem alten Laptop. Der neue ist noch nicht fertig. Den kann ich euch aber auch bald erzeigen. Ist doch auch spannend für den einen oder anderen. Was damit passiert ist. So. Dann ja. Dann nehme ich natürlich die Kamera mit. Die hat jetzt der Rahmen halt in der Hand. Der fehlt halt gerade. Die kommt dann auch gleich noch hier rein. Äh. Das Ladekabel für die Batterie der Kamera. Klar. Kamera kann ich sowieso immer empfehlen. Ähm. Fürs Marketing. Also damit ihr ein paar Aufnahmen vor durchmachen lassen könnt. Oder die Kamera irgendwo im Club hinstellt. Am besten hinter euch oder so. Dass man die Masse aussieht. Kann man immer ganz schön äh. zeigen. Was am Abend so abgegangen ist. Ja. Das war's eigentlich. Dann haben wir eigentlich alles zusammen. Das kommt in meine Tasche. Und dann fahren wir jetzt Richtung Gelder. Denn heute Abend ist die Propaganda. Und dann treffen wir die anderen DJs. Und dann zoomen wir wieder rein. Also. Bis gleich. Also wir sind jetzt in der E3 angekommen. Chillen auf jeden Fall noch ein bisschen vor der Party. Ich weiß nicht ob ihr mich versteht. Äh. Und essen jetzt noch eine Kleinigkeit. Und dann geht's gleich in den Club rein. Und dann schauen wir mal wie voll es da ist. Sowiecke also. Ja, żeby independence. Ja, das sind wirklich so. Ja, ich bin trips, ja. Okay! I don't need it I don't want to send it back straight Don't fuck about it, now I'm wasted and I'm making a call Let me create the act with you the end Hi What? In Jose In Jose center that Das war's für heute. Das war's für heute. Musik 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 Oh shit! Put your hands up! Put your put your hands up! Let's go! Put your hands up! What do you think I'm doing? Get your hands up! Have your feet with me! Musik Das ist so gut. Musik Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017